Um einen Standardbrief als Einschreiben zu frankieren, klicken Sie zunächst auf das Briefsymbol, wählen dann aus Brief, Standard und Einschreiben Standard. Über die Pfeiltaste nach unten können Sie noch zusätzlich Einschreiben eigenhändig auswählen. Bitte beachten Sie, dass die Zusatzleistung Brio nicht den Einschreibebrief ersetzt. Nachdem die Auswahl getroffen wurde, beginnen Sie mit der Frankierung. Auf dem Abdruck ist ersichtlich, dass es sich hierbei um ein Einschreiben handelt. Untertitelung des ZDF, 2020